hallo und willkommen zurück bei ragnarok so endlich level 21 erreicht in der letzten folge das heißt wir können uns endlich 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 betäubungspfälle herstellen ich sage zuerst machen noch 16 davon das heißt also ich möchte jetzt tatsächlich versuchen in dieser folge mal irgendwas zu zähmen irgendwas brauchbares aber ich glaube ich brauche noch mehr narko narko bären auch mehr mehr das wäre nicht sinnvoll erst pflanzen fressen zu zähmen damit ich besser werden fahren kann allerdings wäre ein raptor auch nicht schlecht dann hätte ich nicht irgendwas mit dem ich ein bisschen kämpfen kann dann kann ich auch besser fleisch fahren kriegt dann hoffentlich auch durch die durch das kämpfen dann auch mehr xp schneller vorwärts kommt andererseits wir haben sie auch nicht eilig ist ja ist ja ein survival game da muss man ein bisschen survival was ich auch gerade mache ich sammle bären um zu überleben ich bin mir die weder die e taste wie ein bekloppt einfach weil ich immer vergesse dass mir die auch gedrückt halten kann so habe ich jetzt 29 jawohl das sieht gut aus kommen wir nehmen dem buch immer noch mit die möchte gern palme hier so habe ich ja wohl genug fleisch habe ich auch im start da ist zwar nicht viel aber besser als nichts hier hat man oft zu kriegen hier so kommen nehmen wir das zeige ich auf jeden fall auf und meine mütze habe ich gar nicht mehr auf gott was für ein bad wenn ich so ein bad wuchs hätte wie der denn oh mein gott so den kochtopf wir da irgendwo hinstellen ist irgendwo wo er nicht stört hier nee da steht die palme komm hier neben die palme passt schon ja ich habe noch nicht weiter gebaut das ein bisschen gucken dass ich ein bisschen voraus aufnehmen wo das sieht gut aus was hat jetzt hier noch drin mal sagen 12 ich mache mal 20 pfeile sollte ja hoffentlich reichen ja wohl ja so holz ist durch der quatsch die pfeile sind durch das brauche ich nicht das decken immer die brauche ich eigentlich auch nicht kommt schmeißen weg gut acht stück das was bringt so ich brauche fleisch habe hier fleisch warte mal du hast fleisch nee du frida hat fleisch genau hast du fleisch ihr seid alles pflanzenpresser ihr habt kein fleisch ja und hier brennt das holz durch hier ist auch noch fleisch das ist jetzt nicht das beste irgendwo war ja genau nehme ich halt mal das auch noch mit wenn ich dann irgendwas gefunden habe zum zähmen sei das oh ja doch bären habe ich auch dabei passt schon gut wollen wir mal sehen apropos was für ein sattel kann ich eigentlich freischalten falls ich jetzt doch ein pflanzenfresser zähme phyomia nee will ich nicht parasaurus kostet neun punkte carbonemis nee schluckritte will ich nicht sind so langsam triceratops ja mit dem kann man kämpfen und man kann bärenfarm mal endlich werden tritt ein treig gar nicht so schlecht also wenn ich das treig finde wäre ich auch zufrieden ha zieh mir einen an oh machen wir langsam du hast level 11 das sieht sogar hübsch aus und so wie es aussieht steckst du gerade fest das wäre doch eigentlich der perfekte kandidat für den anfang und der frisst bären habe ich hier sowieso dabei hauptlos ab wenn ich den gezähmt kriege wäre schon mal nicht schlecht dann kann ich bärenfarmen mit genug fleisch kann ich dann auch einen haufen narkose zeug herstellen hier narkosemittel genau so heißt es auf deutsch bin das alles noch gewöhnt von vom englischen arg gut ich probiere es jetzt einfach mal okay der hängt echt fest das ist perfekt das ist perfekt so wie du da hängst oh er rennt weg er rennt weg ah geil oh nein schläfst du? noch nicht scheiße er ist ja voll im baum erwischt ey das gibt es noch nicht und in den hintern kacke ey muss das jetzt sein den habe ich überhaupt nicht gesehen das heißt wenn der jetzt gleich liegt wo rennst denn du jetzt hin? oder rennt der weg? äh Kollege wo bist du? seh dich nicht komm schlaf er will schon wegrennen was ist denn ich tu deinem Kollegen nix ich möchte ihn nur zähmen jawoll so was mache ich jetzt mit dir? das passt ja jetzt natürlich gar nicht dass der jetzt da schläft ne scheiße wenn ich jetzt da runtergebe bin ich in der Todesfalle Mist muss ich den jetzt töten oder was? den krieg doch nicht tot hö rennt sie aber weg komm ich hol mal schnell die Bären hier rein oh nein ich muss den mal weglocken was macht denn der? wieso du hau bloß ab dich habe ich gar keinen Bock du frisst mir doch den Bogen weg ich sehe es schon komm kann ich mich gar nicht was soll das denn jetzt? bleibt er bei seinem Kollegen jetzt gerade oder wie oder was? ja komm jetzt komm jetzt möchte ich dich irgendwo hinfassen locken und dann abhängen nach Möglichkeit Akro verloren bist du wieder friedlich? oh 62 meine Güte Gott sei Dank hat er mich nicht erwischt so alles cool er hat sich beruhigt hau bloß ab oh läuft er kriegt noch 5 Level oben drauf aber egal ja mein Großer alles wird gut keine Panik hier passiert nichts ist ruhig so ich sollte mal was trinken sehe ich gerade ich könnte es natürlich was frisst der Vogel eigentlich? können wir versuchen den auch runterzuholen hätte ich gleich noch so ein Pleitegeier oh was willst du? achso Nahrung ja habe ich keine mehr weg der Dreieck hat alle Bären oh 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 ja das läuft echt gut 62 der wäre natürlich auch geil aber ich glaube da reichen 11 Pfeile nicht mehr ich nehme jetzt hier den Low Level das passt schon zum Bärenfarm und vielleicht einen Raptor verscheuchen dann würde es schon reichen wobei ich glaube dass die Raptoren ja mittlerweile im Rudel unterwegs sind was läuft denn da hinten? ja Kristall genau ich könnte mal Kristall gebrauchen für ein Fernglas zwei Stück ist ja gar nicht so viel muss nur irgendwo Kristall finden ich brauche unbedingt ein Fernglas ja bald hat das geil der erste ja frisst mein großer frisst lass es dir schmecken oh kackehaufen ja brauche ich noch gar nicht ja komm noch einmal fressen so dann brauche ich den Sattel das heißt ich muss mal schnell hier irgendwie level äh ne dich töte ich bestimmt nicht ich könnte mal versuchen den Geier da runter zu holen obwohl ich weiß nicht was für ein Level der hat nachher tötet er mich das wäre nicht so gut jawoll bist du ein Männchen oder Weibchen? Männchen so dann komm mal mit du hast jetzt Level 16 das passt es passt komm mein großer nein achso ich dachte gerade er hat mich auf den Kieker der blöde Vogel siehst du deinem Kollegen geht's gut dem geht's prächtig der hat mich jetzt so schön mitkommen bring dich jetzt zurück zu deinem neuen Zuhause hä er hat schon keinen Bock mehr nein ich will nicht komm jetzt dann brauche ich unbedingt den Sattel kann ich das Vieh auch reiten haha bin ich wenigstens gut zu Fuß so komm 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 kommst du jawoll sehr schön oh hier ist ein Dodo was passiert wenn ich den Dodo angreife wieso machst du nix ich könnte direkt mal Leder sammeln weil ich brauche bestimmt Leder ganz einen Haufen Leder noch die armen Dodos ich finde das immer so schade einen Dodo zu töten zu müssen die Viecher sind so niedlich so da bleibst du stehen jawoll ein Traik geil der auch noch keinen Namen hat fällt mir jetzt gerade spontan auch wieder keiner ein soll ich guck mal schnell drehe da triceratopsal 140 Leder oh ja geil fehlt da gar nicht mehr so viel da fehlt ja gar nicht mehr so viel dann würde ich mal sagen ja ich suche mir noch was zum töten was für ein Level hast du Level 20 ja du haust dich schnell ab obwohl ihr haltet nicht viel aus ja ok hat sich erledigt er fliegt weg oh was ist denn hier trink doch mal was so ne schade nichts zum töten hier aber ich muss sagen das ist schon ein schönes Fleckchen Erde das ich mir hier ausgesucht habe war nicht gar nicht so schlecht hier ja also es ist nicht die schlechteste Idee sich hier eine Basis aufzubauen hier läuft nichts gefährliches rum hier gibt es genügend Holz genügend Stein so jetzt brauche ich trotzdem noch Leder ja keine Sorge ich besorge dir ich besorge jetzt Leder und dann soll ich das nächste Level abhaben was auch bald der Falle sein wird dann kann ich auf die rumreiten hm das klang glaube ich falsch so jetzt finde ich immer natürlich nichts zum töten jetzt das gibt es ja nicht also diesen komischen Vogel da hinten läuft noch ein Dodo den greife ich bestimmt nicht an Level 62 oder? wo war es doch das? da leckt mich der ne dann lieber den da komm mal ran den treffe ich nie da bin ich voll erschrocken du Kackvieh hau ab oh gib mir dein Leder oh boah goll und auch schon wieder Level up äh Leben so was kann ich denn jetzt alles freischalten ein Skorpionsattel brauche ich jetzt erstmal nicht ach ich schaue mal hier das Ding noch frei das brauche ich jetzt vorerst auch noch nicht das ganze Castle Keeps und Forz Forz Zeug ähm Futtertruck wäre auch mal nicht schlecht aber ich müsste es tatsächlich mal erstmal Insektenschutzmittel Zitronen und Pelz okay das dauert noch desto war ich noch mit Freischand Drecera Top Sattel jetzt hätte ich es fast vergessen meine Güte so da fehlt noch ein bisschen 105 habe ich und 140 brauche ich okay das heißt ich brauche noch einen Dodo oder sowas hier war doch eben noch einer Dodo Dodo da da hier so nicht Freundchen irgendwo war noch einer ich glaube ich sollte aufhören meinen Speer zu schmeißen und irgendwie tötet das die Dodos nicht was hatte der jetzt Level 9 der Speerwurf bringt offenbar nicht viel ne der Lystra sauer ist natürlich nicht ne die sind viel zu putzig die Dodos zwar auch aber irgendwo muss ich ja Leder herkriegen 59 nicht schlecht so das reicht jetzt wird der Sattel gecraftet ne Quatsch muss auch da bleiben ja genau das sieht gut aus ich komme so da braucht noch einen Namen falls euch ein Name einfällt schreibt es mal in die Kommentare dann warte ich noch mit Namen verteilen so warte muss ich jetzt leer genau was brauche ich Dreh Ceratabs Holz und noch mehr Fasern jawohl geil hä ne hier so weg damit ja Triceratops Sattel geil komm her huch und du hast sogar ein Level up oh wie er sich freut wie er sich freut so komm mal her Sattel wow geil ist das cool oder ist das cool okay dann mal los jawohl jetzt kann man ganz viel Bärensamen äh Samen Farmen meine ich oh da farmt ja auch Holz zwar nicht so viel oh da hat er schon wieder ein Level up äh Nahkampfschaden aus sieht gar nicht so übel aus Bewegungsgeschwindigkeit jawohl ja geil so muss das laufen dann würde ich mal sagen ich gucke mal noch rein auch Ausdauer ja da freust du dich schon wieder ne feines Kerlchen bist du so hier haben wir noch die ganzen Fische mit nicht den Baum oh Junge oh Junge du bist überladen da kannst du zum noch laufen naja aber nicht ohne Ausdauer oh ganz schön träge ist er jetzt so viel geschuftet der Bursche gibt mir das Zeug supergeil so hier habe ich gleich noch mehr so jetzt läuft's so kommt das Fleisch pack ich auch direkt hier rein äh Holz hat er nicht so viel aber das ist ja egal dafür einen Haufen Stroh das ist nicht schlecht das ist ja nicht schlecht so das packe ich jetzt einfach mal hier rein das ganze Stroh Holz und Fasern Zeug pack ich jetzt auch mal hier rüber in die Kiste das ist einfach alle andere Kursch drin da sind noch fünf Gammelfleisch so kommt mehr mehr geht da noch was jawohl das gibt Level jetzt das gibt jetzt Level und da ist es auch schon direkt wieder auf Leben Leben kann man hier nie genug haben oh oh stopp nicht ausflippen falsche Taste okay dann würde ich sagen dann war's das jetzt wieder für die Folge ich bedanke mich für's Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge Ragnarok bis dahin macht's gut und bis dann ciao